Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Sascha und wir fangen jetzt an mit dem Umbau. Das ist der erste Vlog mit Renovierung, Sanierung. Wir haben ein 100 Jahre altes Haus gekauft und das fangen wir jetzt an zu sanieren. Ich gehe jetzt erstmal in den Keller und gucke mal, dass wir die Mauer zu den Öltanks rauskriegen. Also, bleibt dran! So, dann machen wir mal die Maschinen fertig. Staubschutzmaske, Handschuhe. Wir werden heute den neuen Cut ausprobieren mit 2 Joule Stärke. Ich habe hier ein paar, naja, nichts Besonderes an Meißeln. Die stammen irgendwie aus dem Discounter. Sollten aber wohl vielleicht reichen. Gucken wir mal, wenn nicht, dann müssen wir uns mal besorgen. Wichtig bei STS Plus immer schön Fett einschmieren, damit das alles gut flutscht. Gerade auch bei einer neuen Maschine. Bisschen Meißelfett dran und dann läuft das. Nicht abwischen ist wichtig. Vorbereitung passt. Staubschutzmaske, Handschuhe, also auf geht's. Ja, und am Anfang ging das eigentlich auch recht gut. Putze hier ein bisschen abgemacht und die ersten Steine fliegen raus. Ja, läuft soweit. Aber, naja, im Laufe der Zeit werden wir jetzt relativ schnell feststellen, es geht. Man kommt vorwärts. Aber, naja, es sind eben halt nur 2 Joule, was die Maschine hat. Und das ist jetzt nicht so viel. Aber, Schritt für Schritt, ja, kriegen wir die Wand ab. Dann dachte ich mir, naja, Mickey Mäuse könnte man ja auch nochmal aufsetzen. Macht auch Sinn. Und weiter geht's. Da wurde es dann wieder ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen leichter. Aber, naja, Schritt für Schritt kriegen wir hier die Wand demontiert. Dann dachte ich mir, naja, wir holen mal die andere Maschine, die gute Bosch. Die hat 3,2 Joule Schlagkraft. Das geht etwas besser. Man merkt also tatsächlich den Unterschied. So, jetzt wird es aber richtig kompliziert, denn dieses Mittelteil, ja, da hat auch die Maschine so ihre Schwierigkeiten, mit den Steinen klar zu kommen. Da hat der Maurer ein bisschen mehr Zement rein verbaut. Die ersten Reihen gehen sogar noch einigermaßen. Aber, naja, richtig gut geht's auch nicht. Habe ich schon überlegt. Na ja, da bräuchte man vielleicht dann doch einen Abbruchhammer oder sowas. Na ja, aber Schritt für Schritt kommen wir dem Ziel näher. Geht. Aber hier wieder eine Stelle, die ging gar nicht. Keine Chance, da irgendwie richtig reinzukommen. Erstmal von der Seite ein bisschen freigelegt alles, um dann nochmal da anzugreifen. Zwischendurch muss man ein bisschen Bauchschutz wegmachen, damit wir da nicht auf die Fresse fallen irgendwie. Und dann geht's weiter. Und ein bisschen Energie und irgendwann war dann auch der Stein weg. Aber richtig Spaß macht das Ganze hier natürlich auch überhaupt nicht. Also man merkt, hier sind wir echt an der Leistungsgrenze der Maschine und das ist nicht gut. Dabei sollten die richtigen schwierigen Dinge, die sollten ja tatsächlich erst noch kommen. Ja, machen wir erstmal da drüben weiter. Gucken wir, das geht etwas besser. Die Wand oder die Ziegel sind wohl noch etwas älter. Weil früher war das, ganz früher war es ein Kokskeller. So und jetzt wird's richtig kompliziert. Diese Steine, die Hohlblocksteine, die da, wohl so in den 70ern ist das dann wohl irgendwo gemacht worden. Ja, die gehen überhaupt nicht richtig weg. Das war richtig schwierig. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, naja, wenn es nicht weg geht, vielleicht nehme ich einfach mal den Hammer und zertrümmere diesen ganzen Scheiß. Ja, also ich habe jetzt hier angefangen, tatsächlich eher den Stein zu zertrümmern, als dass ich ihn wirklich rausgekriegt habe. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich das Rätselslösung. Also war etwas ärgerlich. Gehen wir erstmal wieder zur anderen Wand, machen da weiter, Dachpappe abmachen. Die darf natürlich nicht in die Container, die haben wir schön extra gemacht. Und alles andere ging dann erstmal wieder so mit meinen kleinen Maschinen. Die sind ja eigentlich auch nur für den Hausgebrauch gedacht und nicht für solche Abbrucharbeiten. Dafür ist so eine Maschine ja eigentlich tatsächlich nicht gedacht. Wenn man mal eine Wand rausreißt, naja, dann geht das, dann kann man damit arbeiten. Wenn man ein bisschen mehr vorhat, dann ist das sicherlich definitiv nicht das richtige Werkzeug. Mühsam kommen wir hier vorwärts, Schritt für Schritt, zwischendurch immer wieder Pause gemacht, weil es ist doch durchaus anstrengend. Und mit der Staubschutzmaske, naja, ist das Atmen auch nicht so richtig schön, obwohl das tatsächlich eigentlich ganz gut ging. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist schon eine Staubschutzmaske, mit der man auch tatsächlich arbeiten kann. Da gibt es schon andere Dinge. Ich verlinke euch die auch mal unten, denn das ging tatsächlich eigentlich ganz gut. So, erstmal wieder ein bisschen Bauschut hier raus machen, damit man da wieder vernünftig treten kann. Und ja, letzte Steinreihe auf dem Boden, muss auch raus. Hilft ja irgendwie alles nix. Und ein bisschen Arbeit, ein bisschen Mühe und dann geht sie auch raus. Da habe ich jetzt nochmal eine neue Maschine bestellt, eine mit ein bisschen mehr Bums. Meine große, die hat 3 Joule, 3,2 Joule Schlagenergie. Das geht, dauert halt so ein bisschen. Aber ich habe ja noch die eine oder andere Wand vor mir und deswegen habe ich gedacht, naja, ich investiere nochmal 120 Euro und besorge mir mal eine Maschine mit richtig Bums, mit 18 Joule. Soll sie zumindest haben. Bin mal gespannt, ob sie wirklich 18 Joule hat. Ob das wirklich so heftig ist. Die kommt die Tage und dann geht es da auch an den Wänden weiter. Solange werde ich jetzt erstmal hier die Steine, die wir haben, ein bisschen sauer machen. Denn die muss ja auch das eine oder andere auch verschließen. Wir haben noch einen Durchbruch, den ich zumachen muss. Zwei kleine Fenster, die werden wieder zugemacht und da kann ich ja diese Steine wunderbar nehmen. Naja, ob das so eine ganz schlaue Idee ist, weiß ich allerdings auch nicht. Auf der einen Seite spare ich mir natürlich Gewicht, weil jeden Stein, den ich nicht in den Container schmeiße, naja, den muss ich halt nicht bezahlen, weil das geht ja alles nach Gewicht. Und ich brauche ja auch Steine, aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen mühselig, hier die Steine fertig zu machen. Ich habe dann sicherlich geguckt, dass ich nur die nehme, wo auch wirklich, wo ich die möglichst einfach abkriegen kann, einfach sauber kriegen kann, sodass man sie auch wiederverwenden kann. Naja, und da wo der Mörtel so extrem fest war, die haben wir dann natürlich ganz dezent rechts rausgelegt. Die sind dann in den Container gelandet. Kann man machen, ja, muss man allerdings nicht. Kostet halt alles Zeit, Energie, Kraft und eigentlich haben wir noch ein bisschen was vor. Naja, okay, ich habe das erstmal genommen. So viel ist es ja nicht, was wir dazu machen müssen. Zwei kleine Fenster und einen Türdurchbruch. Das ist ja eigentlich überschaubar. Ich bin wieder auf der Baustelle. Gestern war ich nicht hier. Gestern musste ich mal so ein paar Dinge organisieren. Habe mit dem Treppenbauer gesprochen, einen Container organisiert, Treppenlift organisiert. Also nicht Treppenlift, sondern hier den Lift für den Dachdecker. Und dann habe ich einen Anhänger gekauft. Schaut mal. Ich zeige euch den mal. So, Anhänger. So wie sich das gehört. Da kann ich dann künftig meine Sachen auch wegbringen. So, wir machen jetzt weiter mit dem Abriss der Wand. Ich habe heute auch die andere Maschine bekommen. Ich habe nämlich noch ein 18 Joule Gerät, also Stemmhammer bekommen. Damit sollte es deutlich einfacher sein, die Wand wegzureißen. Die werden wir jetzt mal ausprobieren. Gucken wir mal, dass wir die Wand da unten jetzt komplett wegreißen. Ja, und das war ein richtig gutes Investment. Ruckzuck ist die Wand da weg. Das hat sich richtig gelohnt. So schnell wie das hier ging. Das ist Wahnsinn. Also so ein richtiger Abbruchhammer macht bei solchen Arbeiten Sinn. Kann ich Ihnen in jedem Fall nur empfehlen. Ich verlinke ihn euch mal unten in der Videobeschreibung. Aber wie das hier noch besser hat dich noch ohne Tod. Super. Super.